Ach du, der Rob da, ne? Er ist jetzt da vorne. Meinst du den ja auf dem Triple noch? Ja, ja. Da kommt der Leiter vorne. Sieht der hier hin oder was? Er geht runter. Treffer, die hat Beine gebrochen. Vergiss es, der lockt sich da aus. Wir haben ganz schön viel Aufmerksamkeit jetzt hier gemacht. Beim Pfopf ist noch einer. Beim rechten Pfopf. Der hat gerade vorgepiekt. Nicht gerade so gesehen. Beim ganz rechten. Achtung, er lockt wieder. Einer lockt. Einer geht hoch, Bambi. Achtung. Er ist tot. Beide tot. Let's get rich. tsch. Hatsung. Oh, shit. Yeah, das Dakar. tot geil nice wobei auf dem triple auf der schule abend abend er ist immer noch hinterm gritsch ja komm lass die marion ruhe warte mal naja volle kripte volle kripte vor mir mit dem boot direkt hier an der mauer ist er vor mir an der mauer ich sehe noch nicht fack wir haben uns gerührt bin dann kann schiss musst du das ist jetzt auch gefährlich keine oder hatte den helm an roten ne ne geile der ist auf jeden Fall tot ich komme runter der am klitsch ist tot sehr schön sehr schön komm ob du mich noch verbinden kannst ich liege ja genau da am zaun jetzt kommt er zu dir schnell mal was essen du hast doch eine gute übersicht hier am balkon unglaublich dann gehe ich mal gehen wir mal vor ein bisschen hier ist nichts mehr rachse hatten die zwei von dem denkst du rachse rachse waren das ja zwei stück ich weiß hier mal schnell was ne ach da ist er wieder da ist er wo ist er auf der hauptstraße er hat einen kollegen mitgebracht er ist jetzt auf der hauptstraße genau in der ecke sind jetzt an der hauptstraße zwei stück das ist tot ich gleich gestürmt wie sah der aus hat er den kinderrucksack rocker heim das war glaube ich der Kinderrucksack kann sein das ist ja jetzt mit dem Affenserver der ist aber noch nicht der kriegt auch auch gleich noch welche hat er dich getroffen? nein gut Nota Bandis, guten Morgen Hallo Nota Bandis was habe ich gesagt? Nota Bandis, oh sorry ich habe es nicht gescheit gelesen ich muss gerade mich konzentrieren ich hätte es auch falsch gelesen hätte ich nicht ich wüsste dass es glaube ich einen YouTube Kanal gibt der so heißt ich gehe nochmal zurück ne? ja mit Teufeln den habe ich ganz schön geschreddert habe ich gemerkt das waren locker 40, 50 kann ich nicht sehen Markus er kommt hier er kommt ja, warte vielleicht das ist der falsche Balkon ich muss auf den anderen wechseln so kann ich überhaupt nichts supporten MP5 mit 30 Schuss dabei gehabt ich bin hier abgezogen am Hafen oder hier in die Nebenhütte er ist tot er ist tot ähm, wie war der equipt? er ist hinten am Hafen ich habe noch auf ne scheiß falsche Taste gekommen komm mal ich habe noch auf ne